jetzt ist dann doch mal schluss mit bombe und damit hallo derseits und willkommen zurück bei rainbow six siege und dann doch mal schluss mit Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ich kaufe diesen bei meinem Lieblingsbalkonzimmer. Gut gemacht, Bio-Gefahrgutbehälter. Das kann ich aber nicht schärfen. Das mache ich jetzt trotzdem. Das geht aber nicht. Tja, was nicht geht, wird gehend gemacht. Noch 10 Sekunden. Dann schiebt es zu. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Fenster wird aufgeschlagen, irgendeins. Ah, hinter mir ist jemand. Ach stimmt, das ging ja nicht. Ach, es klappt direkt. Das Rüstungspaket zerstört. Wer hat er entdeckt? Apropos entdeckt, hier ist noch eine Kamera. Ah, hier ist jemand entdeckt. Rot markiert. Check hinter dir. Oh, Echo. Ich habe einmal Jokka über dir, Jack. Also einmal Jokka habe ich. Letzter verbleibender Gegner. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Gojo war noch dabei. Ich habe mit der Schock drunter auf den mobilen Schild geschossen. Geht aber nicht kaputt. Ja. Kann man trotzdem mal machen. Geht aber nicht kaputt. Hm, 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 hm. Aber vielleicht ändert daran Ubisoft ja was. Denn Ubisoft irgendwas ändert. Zum Beispiel bei Favela die Bezeichnung der Spawnmöglichkeiten. Zumindest die Schriftanordnung. Das hat aber nichts, was sinnvolles ist. Schriftanordnung ist sehr, sehr sinnvoll. Wir müssen den Bio-Befahrgut-Behälter schützen. Aber Hauptschafts-Zumale, ich dachte es... Ah, hm, scheißdreck. Nichts zum Verstärken hier, ey. Oh, Zwitsch fährt wieder. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Ich weiß mal, Jack war aus der SA gekommen. Es bleiben 10 Sekunden. Ich mache mal auf der anderen Seite zu, Moment. Nur noch 5 Sekunden. Jetzt kannst du nicht... Nein, nein. Meine Punkte. Tja, wir haben ja nicht Mira und Bandit, insofern Schnurz. Oh, die haben Schwarzbad. Mein böses Auge passt auf euch auf. Ich lade nach. AVS ist platziert in alter Zeit. Aha. Es habe ich, glaube ich. Oh, geh doch weg. Blau. Du bist so ein dämliches Idiotenkind, Junge, mein. Diese Tür ist sicher! Was ich sage, schau drinnen, du dummes Ding. Nein, 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 nein. Ah, papa, 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 papa. Ein Kämpfer des eigenen Truppes verbleibt. Hammermann bei mir schon hinten drin. Also vor dem Hauptschlafzimmer. Bei diesem Tierraum. Wo dieses Reh auf dem Schrank liegt. Kamera ist drin. Mhm. Ich markiere Hammermann. Rot markiert Hammermann. Geht jetzt zum Hauptschlafzimmer rein. Achtung. Ich schmeiße Granate. Schwarzbad ist auch drin. Hat die nicht losgelassen? Schade, haben sie es nicht geschafft, Alter. Hat die nicht losgelassen. Ich dachte, der schmeißt die noch auf das böse Auge. Er hat sie losgelassen, aber nicht hier. Gegen die Wand. Oder zu spät losgelassen. Ja, zu spät. Aber es klingt nicht so, als ob die seine Hand verlassen hätte. Hm. Wieso? Weiß nicht. Sonst klingelt es ja immer so. Nein, wer weiß. Lustig war es. Und das reicht. Du klingelst in meinem Kopf. Bei dir klingelt es. Ich suche noch ein paar Goye-Schilder. Die den nicht kaputt machen kannst. Und dann springe ich mit meiner Twitch-Drohne dagegen. Dann geht es kaputt. Kriegst du aber Schaden. Dann baue ich mal noch einen Eisblock vor die Schock-Drohne. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiere. Nee, du kriegst Schaden. Ah, nee. Das ist ja Quatsch. Das ist Ubisoft-Logo. Ich komm jetzt wieder oben. Ja. Oben. Wieder da, wo sie gerade eben waren. Als Angreifer. Wir. Wieder da, wo die vorhin verteidigt haben. Dann sag doch deinen Entschärferer. Dann weiß ich. Grabschrau haben wir. Den Störsendermann. Scheißteil. Ja, du kannst da hoch. Mir steht erst oben. Einsatz in zehn Sekunden. Ah, bababababababababababababab. Er hat noch vier Schuss drin. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Der Drohne fehlt's an Nitro. Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt. Angriffs-Erlaubnis erteilt. zack abschraube weg machen der bio gefahrgut behälter wurde lokalisiert strom kraftschau hinten unten kraftschau hinten unten ich wollte sie bloß verschrecken ja ja nur als er sich um sie laufen kann ja so siehst du das nicht doch rechts und tür ist aber nicht wenn sie links ankommt links oben oder meins tür links oben tür da ist der rookie links oben tür kamera von der seite ich würde mich hin hoffen zurecht hier sehe ich sie vielleicht wenn sie aufricht hochkommt da war er zuletzt noch drin aus der ecke gelockt mit der schockdrolle da gab es keine punkte dass er auch minuspunkte bekommen mhm später auch So, Balkonzimmer jetzt aber, Maestro. Die beiden Räume vorhin verwechselt, Hauptschlafzimmer und Studierzimmer. Freichheit. Richtig, denke ich, ist gut. Naja, ich habe gelesen Haupt und da habe ich gedacht, ach hier mein Hauptlieblingszimmer, das ist der Balkon da. Da habe ich Maestro genommen. Achso. Bei der Hauptschlafzimmer. Wo ist jetzt das Problem? Naja, ich wollte eigentlich beim Balkon Maestro nehmen, aber wir waren auf der anderen Seite beim Hauptschlafzimmer. Sonst wird da auch nicht mehr. Verstärkung der Wand abgeschlossen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Keine Sorge, wir bewegen der Radler. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Willkommen, warte ein. Schörsender wird aktiviert. Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Freist ist ein Sauberarbeit. Mein böses Auge passt auf euch auf. Schau auf. Schau auf. Schau auf. Victor. Untertitelung des ZDF, 2020 Er hängt unten rechts Schockdronne hab ich kaputt gemacht Warum machst du denn? Weil Oh Oh Er hängt immer noch da Mensch was macht Schockdronne 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 Deckel ist drinnen im Tresor Jetzt ist alle drinnen Tresor, da war ich gerade noch Da ist zu, das würde ich hören Irgendwo da hinten auf dem Gang Ok, jetzt macht er sich auf Markiert Kommt jetzt beim Raum Die Gegner sichern den Behälter Beide drin, beide drin Scheiße, ich hingen Mission gescheitert Pfff Hör, ich bin schon in der Hand Schockdronne 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 Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Ist doch beim Archiv bei der Bibliothek. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ja, klar, Mann. Wenn irgendwelche Drohnen von uns ziehst, machst du kaputt. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern. Na, Mann. Hm, hört man. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich gehe gegenüberliegend rein. Kamera oben ist schon kaputt. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Gegenüber von dir. Gegenüber von dir. Hinter dem Schrank. Ja. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ich sag's doch noch. Ja, ich hab da hingeguckt. Ja, ich hab da hingeguckt. Was geht da bei der großen Tür raus, die Gegner? Eigener Druck neutralisiert. Teufelsmire mit ihrer schnellen Vector auf kurze Distanz und am Ende den Scharfschützen auf lange Distanz umgebracht, das passt irgendwie ins Bild. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.